Da führte kein Weg dran vorbei, die Kategorie musste mit rein, auch neu, letzte Saison gab sie nicht zur Abstimmung. Und am 19. zum Video, in dem aufgelöst wird, was ihr so abgestimmt habt. Wir haben wieder einige, ich glaube 10, 11 Stück haben wir gemacht, Votings im Community-Tab an den Start gebracht. Ihr habt fleißig abgestimmt, vielen Dank dafür. Hier noch immer zu jedem Ding zu sagen, es gingen immer nur maximal 5 Auswahlmöglichkeiten im Community-Tab. Natürlich hätten in manchen Kategorien auch noch ein paar mehr, wir hätten da auch manchmal gefühlt 10 Sachen zur Auswahl stellen können, aber es gingen immer nur maximal 5 Stück. Und wir gehen rein, Nummer 1, bester Spieler hat geholt, Wataru Endo. Hochverdient, Dinos auf 2, Sosa auf 3 und danach muss ich ein bisschen kreativ werden, so Karaso und Ito. Aber das Voting gehe ich vollkommen mit. Bester Transfer, Hiroki Ito, mit über der Hälfte der Stimmen gehe ich auch wieder vollkommen mit. Man muss immer noch daran denken, der kam vor der Saison aus der zweiten japanischen Liga auf Leihbasis mit Kaufoption und eigentlich geplant für die zweite Mannschaft. Und dann spielt er so eine wahnsinnige Saison. Ich finde es auch schön, dass hier Tomas viele Punkte bekommen hat, viele Stimmen bekommen hat. Auch verdient, ein krasser Wechsel, der hat auch direkt Klick gemacht, seitdem er im Winter zu uns gekommen ist per Laie. Und gut, der Rest führe ich. Mammusch war noch ganz gut und Müller habe ich fast nur genommen, damit wir halt 5 Stück da immer haben. War klar, dass der nicht viele Stimmen bekommen wird. Ja, die Umfrage zum besten Spiel hätte ich eigentlich fast nicht stellen müssen. Es war klar, Stuttgart gegen Köln, das 2 zu 1, das Klassenerhaltsspiel, Last Minute Endo wird das Ding locker rocken. Und der Rest ist tatsächlich auch recht ähnlich auf. Bayern noch dahinter, 3-2 Gladbach, 3-2 Augsburg, zwei Heimspiele am Stück quasi. Unfassbar gewesen und natürlich auch erster Spieler, 5 zu 1 gegen Fürth. Auch absolut seine Brechigung gehabt, hier in der Abstimmung zu sein. Beim schönsten Tor, auch so ein bisschen beschreibend für die Saison, haben wir 3x Dinos drin. 3x Innenverteidiger, Verteidiger drin und nur 2 Stürmer von 5 Auswahlmöglichkeiten. Und er hat es auch gewonnen mit dem Kracher in den Knick in Wolfsburg. Er hat auch noch eine geile Hütte gegen Hoffenheim, der Solo, der geile Fernschutz gegen Gladbach, die 3 Dinos-Hütten. Aber auch Mammusch, gut dabei gewesen mit 22% und Tomasch, beide quasi oben auf, 21% Tomasch. Geiler Freistoß gegen Augsburg und auch ein richtig geiles 1 zu 0 in München von Tomasch. Und weil es dann doch tatsächlich recht viele waren, habe ich auch eine extra Kategorie gemacht mit Last-Minute-Tor der Saison. Wir hätten es auch natürlich in 1 packen können, einfach schönstes Tor so. Aber habe es hier mit reingenommen, war auch klar, dass Endos den gewinnt. Aber gerade hier will ich nochmal die anderen Dinge auch mit nennen. Bei Kalajic war schon sehr wichtig dann der Punkt bei Union noch tatsächlich. Das Fahr hier 1 zu 1 bleibt mir trotzdem immer noch als extrem besonderer Moment im Kopf. Weil es war das erste Mal, wo auch das 60.000 hätten reingedurft. Ich glaube, es waren 30.000, 35.000 gegen Union. Diese Hütte, Last-Minute, das war eine richtig geile Eskalation tatsächlich. Tomasch, ja, ist so kurz vor Last-Minute, das war jetzt nicht unbedingt Last-Minute so. Und Mammusch, erstes Auswärtsspiel für mich in Frankfurt diese Saison gewesen, auch sehr, sehr geil. Und hier auch schön beim schlechtesten Spiel der Saison. Auch live vor Ort gewesen zu sein, ganz toll. 2 zu 0 in Berlin hat es eindeutig gewonnen. 70% ja zu dem Stand, wo ich hier die Screenshots gemacht habe. 4 zu 1 in Augsburg war ich auch live dabei, alles super. Ich sehe, ich war überall dabei, bis eben auf das 4 zu 0 in Leipzig. Und natürlich auch die Szene der Saison. Logischerweise die Ekstase, das 2 zu 1 gegen Köln. 91%, also komplett dominierend geschlagen, den Rest. Aber ich fand es mit die coolste Abstimmung. Deswegen gehe ich auf den Rest auch nochmal ein. Wir kennen die kaleitsche Situation noch. Die Szene in Bielefeld war was ganz Besonderes. Die Silas-Einwechslung war auch ein kompletter Gänsehau-Moment gegen Mainz. Wie gesagt, das Fahr-Hier-Ding bleibt mir auch im Kopf. Hat hier den 2. Platz gemacht mit 4%. Und auch die paar Spitzenreiter-Gesänge am 1. Spieltag. Das hat ja auch was. Und die Kategorie habe ich auch vom letzten Jahr übernommen. Die hatten wir auch letztes Jahr mit dabei. Viele andere auch, so logischerweise. Diesmal nur ein Ticken schwieriger noch als letztes Jahr. Letztes Jahr war gefühlt jeder irgendwie Bundesliga-Debutant bei uns. Aber auch hier, ähnlich wie beim besten Transfer. Ito erster, Tomasz zweiter, Führig dritter und danach Mio-Fahir waren da auch zugegebenermaßen. Nur zum Auffüllen, damit wir 5 Abstimmungsmöglichkeiten haben. Fanliebling, Vataru, Endo. Klare Geschichte. Dinos auf Platz 2, Sosa dahinter und noch Karaso und Tomasz. Ich habe auch noch Kaleitsche in den Kommentaren gelesen. Aber ich glaube, mit Endo gehen wir, glaube ich, alle mit. Und auf einmal machen wir einen Sprung von so grob 300 Abstimmungen zu über 1000 Stimmen. Also irgendwie die obersten 2 Abstimmungen haben die 1000 Stimmen geknackt. Darunter waren irgendwie 700, 600 Leute dann, ja, einfach keinen Bock auf die Kategorien oder zu faul gewesen. Und das zu scrollen, ist mir egal. Wir haben überall klare Ergebnisse gehabt. Also alles cool. Auch hier wieder klare Geschichte, Stimmung der Saison. Bisschen einbezogen, dass ich da halt dabei war so. War bestimmt noch andere Spiele geil, aber ich war natürlich nicht in jedem Spiel dabei im Stadion. Köln logischerweise unbeschreiblich. Klar ist, dass hier das Ding auch gewinnen wird. Aber hier möchte ich auch, wie auch bei Szene der Saison, auf alles eingehen. Nämlich Nummer 2 ist es hier 3-2 gegen Augsburg. War auch sehr, sehr geil. Das erste Mal wieder mit 60.000. Seitdem auch kein Lockdown mehr gewesen. Also ab da wieder volles Haus. Auch Kurio dabei gewesen. Dieses Spiel noch gedreht, was auch so dermaßen wichtig war. Es war richtig geil. Wie gesagt, die Silas-Einwechslung war auch ein kompletter Gänsehaut im Moment. Auch wenn es damals nur 25.000 waren, glaube ich. Aber das war absolute Gänsehaut. Und danach Hoffenheim 2-1 ist mir persönlich irgendwie auch einfach krass im Kopf geblieben. War ich ja auswärts dabei. Und es war so halbwegs das Fan-Comeback. So richtig Fan-Comeback war, glaube ich, erst dann in Bielefeld das Auswärtsspiel. Aber da waren dann auch schon wieder die Ultras dabei. Das war ja auch lange davor, nicht der Zeitpunkt. In Hoffenheim war einfach geile Stimmung. Heimspiel in Hoffenheim. Nur weil das Ergebnis nicht so ganz. Und auch geil gewesen einfach war Mainz nochmal. 0-0 war kein gutes Spiel. Stimmung war aber geil. Wieder ein Heimspiel in Mainz gemacht. Und eben dieses Vorsingen in Katakomben hatte ich bisher auch noch nicht so oft. Deswegen, das war auch sehr, sehr geil. Hier natürlich auch so ein bisschen das Dilemma, dass du natürlich auch wieder nur 5 Ausnahmöglichkeiten hattest. Ich wurde auch oft München genannt, das 2 zu 2. Auch klar war ich auch dabei. War richtig geil. Auch Gladbach fand ich sehr geil, das 3 zu 2 zu Hause. Auch wenn es damals noch beschränkt war. Ich glaube auch auf 25.000. Aber wie gesagt, leider nur 5 Stück. Aber die beiden hätten es auch verdient gehabt, da reinzukommen. 1893! 1893! Ja, der Frau, er. Ja, sie, das, sie, das! Ja, sie, das, sie, das! Ja! Ja! La 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 Die ist nicht schlecht. Chancenwucher der Saison, ja, die musste mit rein. Da führte kein Weg dran vorbei, die Kategorie musste mit rein. Auch neu, letzte Saison gab es hier nicht zur Abstimmung. Nächste Saison hoffentlich dann auch wieder nicht. Das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Bielefeld 1-1-Auswärtsspiel, über 50% der Stimmen bekommen, über die Hälfte der Stimmen bekommen, hochverdient. Das Köln-Spiel, selbst das, auch wenn wir es gewonnen haben am Ende, aber es musste mit rein, auch Platz 2 bekommen, weil das hätten wir auch schon viel früher dicht machen können, das Ding. 0-2 gegen Dortmund zu Hause hatte ich auch, ich bin die Spiele durchgegangen, ist mir auch gar nicht mehr so im Kopf gewesen, aber da hätten wir halt auch problemlos einen Punkt holen können, so wenn es besser läuft. 1-1 gegen Bochum zu Hause war extrem, extrem böse. Das Spiel, wo ich von der Pressetribüne am Start war, war sehr, sehr geil vom Praktikum aus. Das musste auch 3-0 gewinnen. Dann fängst du in der letzten Sekunde den Elfmeter und spielst du noch 1-1. Und auch Leipzig zu Hause hatte ich auch so gar nicht mehr ganz im Kopf, aber da war Gulaschi halt auch komplett der Man of the Match. Und zum Schluss noch eine Kategorie, wo es nichts zum Abstimmen gab, aber wo ihr eben in die Kommentare schreiben konntet, was euer Video der Saison war. Natürlich haben wir manche auch Streams genannt, aber oft natürlich auch das Köln-Spiel. Ein paar Spaßvögel waren dabei, hier mit Augsburg und mit Hoffenheim, aber gut, wir haben ja nicht nur VfB-Fans hier in der Fanbase am Start. Gladbach auch genannt, Augsburg auch genannt. Also wie gesagt, die dicksten Stadion-Flogs der Saison mussten da auch mit rein, auch nochmal das 5-1 gegen Fürth. Und damit war es das mit den Votings für diese Saison für 2021-2022. Es geht ja direkt schon weiter. Die ersten Termine stehen bald schon fest, zum Beispiel gleich. Seid auch am Start mit dem Stream für die Pokalauslosung. Erste Runde. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.